Hey Leute, also was war das wieder für ein Kackspiel? Wir haben in der ersten Halbzeit gut mitgehalten, fand ich. Also muss ich wirklich sagen, es hat mir sehr gut gefallen, wie die Mannschaft gespielt hat. Und dann kriegen wir gegen Ende der Halbzeit nochmal dieses Tor rein. Also ich bin voll und ganz bei euch, wenn ihr sagt, hey Cassie, aber die Leipziger hatten in der ersten Halbzeit schon deutliches Chancenplus. Ja, fand ich auch. Aber insgesamt war es ein starker Auftritt gegen RB Leipzig, muss ich schon sagen. Also, ich bespreche immer noch nur über die erste Halbzeit. Ihr könnt mich gleich noch schlachten. So, also, erste Halbzeit, gut, stabil. Ja, und dann einfach ein scheiß Gegentor gekommen. Mustafi ist nicht nah genug an seinem Mann dran. Er verlässt sich dann offensichtlich auch auf Ralf Fährmann, denkt, dass Ralf Fährmann rauskommt. Und Ralle, ja, wie gesagt, bleibt halt auf der Linie kleben, was auch sein Job ist in dem Fall. Und einfach, einfach ärgerliches Tor. Was passiert dann? Wir gehen in die Halbzeit und es passiert das, was immer passiert auf Schalke. Die Mannschaft ist einfach nicht in der Lage, aktuell Rückschläge wegzustecken, ja. Also, oder ein Spiel zu drehen. Never, nein. Ist aktuell nicht möglich, leider. Und dementsprechend hat es dann auch so ausgesehen, dass, ja, wir dann von den Leipzigern sogar überrollt worden sind in der zweiten Halbzeit. Also, die Leipziger haben richtig, richtig gedrückt die zweite Halbzeit. Und das war nur eine Frage der Zeit, wann die Tore zwei und meiner Meinung nach sogar auch gerechtfertigt dieses 3 zu 0 nachher in der Höhe dann auch gefallen sind. Und, ja, ich muss dazu sagen, Amin Harit hat wirklich gut gekämpft in den Spielen. Ja, der hat sich in jeden Zweikampf, hat er sich reingeworfen. Der hat auch ein paar kreative Momente gehabt, aber auch er konnte es nicht vollbringen, einen guten Pass nach vorne zu spielen, ja, der einfach nur noch vollendet werden muss. Dann war es in der ersten Halbzeit übrigens Marc Uth, der eine sehr gute Chance hatte, die er sich selber auch erarbeitet hat, dummerweise dann nachher aber verletzt aus dem Spiel raus musste. Das war mit Sicherheit auch ein Punkt, wo ich sage, das ist schade, ja. Ich habe dem Groß tatsächlich auch vor dem Spiel vertraut, der hat ja gesagt, ich vertraue Marc Uth und ich glaube, der Knoten platzt bald bei ihm. Und, ja, finde ich jetzt echt schade, dass Uth uns in den nächsten Spielen fehlen wird. Ja, das einfach mal so jetzt vorab gesagt. Also ich gehe davon aus, dass er uns weiter fehlen wird. Er ist verbunden worden auf dem Platz, ganz groß in Oberschenkel, wurde mit ordentlich Eis darunter, wurde der Oberschenkel eben kalt gelegt. Und, ja, das wird wohl länger dauern, so wie es ausgesehen hat. Okay, also, ja, Leipzig also in der zweiten Halbzeit mit richtig viel Druck rausgekommen, ja. Womöglich gab es da auch wieder eine Ansage vom Trainer, ja. Und die Schalker, ja, einfach Köpfe hängen gelassen. Meine Meinung nach ist das Aufgeben. Meiner Meinung nach hat unsere Mannschaft sich schlicht und einfach wieder aufgegeben in der zweiten Halbzeit. Wir sind so an die Wand gespielt worden wieder, was total unnötig ist, ja. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass es ein Gegentor gefallen ist, ja. Das ist kein Grund, sie in der zweiten Halbzeit komplett das Fußballspielen anzustellen. Und das hat die Mannschaft nicht begriffen. Das hat sie wirklich nicht begriffen. Okay, jetzt muss ich dazu sagen, der Gegner hieß RB Leipzig. Was soll ich da jetzt heute groß noch erzählen in Sachen Erwartungshaltung? Ich denke, in Sachen Erwartungshaltung waren wir alle relativ ähnlich. Ich glaube, wir haben einen guten Auftritt jetzt gegen die Wolfsburger gesehen. Aber die Allerwenigsten sind wirklich ernsthaft davon ausgegangen, dass wir dieses Spiel gewinnen sollten. Insofern hätte 3-0 trotzdem nicht sein müssen. Hätte nicht sein müssen, finde ich. Man darf sich nicht so aufgeben in der zweiten Halbzeit. Das ist leider, leider wieder passiert. Und ja, so viel zum Spiel. Ich hoffe, wir reißen noch was in der Bundesliga. Die Nicht-Abstiegswahrscheinlichkeit liegt bei mir im Moment bei 10%. Mehr gebe ich denen nicht. Ich finde, das ist maximal wenig und dennoch schon fast optimistisch. Und ja, eine andere Aussage kann ich dazu auch jetzt gerade nicht treffen. Ich werde immer gefragt, ey Cassi, denkst du, die steigen ab? Denkst du, die steigen ab? Und wenn ich die jetzt pauschal beantworten müsste, muss ich sagen, ja. Dennoch, auch bei mir ist es einfach so, die Hoffnung stirbt zuletzt und 10%. Also es muss schon ein Wunder her, dass die Mannschaft jetzt richtig Gas gibt noch. Mainz hat jetzt auch gewonnen. Einfach nur bitter für Schalke. Und damit, macht's gut. Schönen Abend noch. Und wir sehen uns vielleicht noch im Call-In. Bis denn. Ciao. Schönen Abend noch. Untertitelung des ZDF, 2020